Yo Freunde und herzlich Willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Damit meine Freunde zu einem heute etwas anderen Video, denn heute habe ich mir mal gedacht, schauen wir uns mal unsere Nachwuchsspieler, aber auch unsere Leihrückkehrer an und in dem heutigen Video stelle ich euch 5 Spieler vor, die aus meiner Sicht in der kommenden Saison den besten Impact haben können und damit auch einen ordentlichen Entwicklungsschritt machen können und zu einer Größe in der FC Mannschaft werden können. Und daher gehen wir jetzt wie immer von hinten nach vorne. Wichtig ist, in diesem Video gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen Spieler, den ihr aufzählen würdet. Ich habe beispielsweise auch Spieler wie Finkrewe jetzt nicht dazu genommen, weil er eben auch schon jetzt in der jüngeren Vergangenheit gespielt und funktioniert hat. Also hier geht es ausschließlich um Spieler, die halt entweder jetzt aus dem Nachwuchs hochgezogen worden sind oder Spieler, die eben von ihren erfolgreichen Laien zum 1. FC Köln zurückgekommen sind. Und daher Freunde, lehnt euch zurück, genießt das Video mit mir und wir starten mit Kandidat Nummer 1 und das ist ganz klar Jonas Urwig. Der Torhüter kommt nach der Laie bei Gräuter führt zurück zum 1. FC Köln, hat ja das Jahr vor Gräuter führt bei Jan Regensburg gespielt und hat eigentlich in beiden Stationen sich erstens extrem gut entwickelt, ist zu dem absoluten Top-Torhüter in der 2. Liga geworden. Er war für mich in der letzten Saison schon ein absoluter Top-Keeper, der korrigiert mich gerne, ich glaube 7 oder 8 Spiele in Folge zu 0 gespielt, hatte mal. Also wirklich eine Bilanz, was unglaublich krass ist. Er ist nicht umsonst U21-Nationaltorhüter und daher hat ein Spieler, dem absolut die Zukunft gehört. Er ist wahrscheinlich aktuell, wenn nicht sogar das beste deutsche Torhüter-Talent, was wir eben so in Deutschland haben. Daher können wir umso glücklicher sein, dass er beim 1. FC Köln unter Vertrag steht. Es gab ja vor kurzem auch mal diese losen Gerüchte, dass Bayern ihn wohl auch schon auf der Liste hätte. Ob da was dran ist, I don't know. Aber der Junge bringt auf jeden Fall alles mit, um ein absoluter Top-Torhüter zu werden. Und daher glaube ich, dass wir uns als Fans, aber auch allgemein im Klub, unglaublich auf Jonas Urbeck freuen können. Er ist ja jetzt nach kurzen privaten Problemen auch wieder im Training. Also jetzt kann es losgehen. Wir werden den besten Keeper der 2. Bundesliga kriegen und wahrscheinlich ein Keeper, der in Zukunft auf jeden Fall mal auf ein ganz, ganz, ganz hohes Level kommen kann. Daher Jonas Urbeck für mich hier als allererstes ganz deutlich zu nennen und für mich ein Spieler, wo ich mich wahrscheinlich mit am meisten der kommenden Saison darauf freue. Bin gespannt, wie ihr es seht. Und wir gehen rüber zu Kandidat Nummer 2. Und hierbei geht es um Julian Paudi. Der Innenverteidiger, der in der letzten Saison Kapitän unserer U19 war, hat jetzt einen Profi-Vertrag bekommen und darf sich in der Sommervorbereitung bei den Profis zeigen. Warum ich ihn hier in die Liste nehme, ist ähnlich wie auch beim nächsten Kandidat, ohne das jetzt vorwegzunehmen. Es ist aktuell ein bisschen fraglich, wer eben neben Timo Hübers diesen 2. Innenverteidiger gibt. Also es ist eher davon auszugehen, dass Gerhard Stuber auf eine Viererkette setzt und dann ist halt nach dem Abgang von Chabot die Frage, wer spielt eben neben Timo Hübers. Bei Julian Paudi ist es so, dass der Junge auf beiden Innenverteidiger-Positionen gerne zu Hause ist. Er hat eine gute Spieleröffnung und er hat in der U19 nicht nur diese Kapitänsrolle super ausgefüllt, sondern er ist ein Spieler, der einfach gerne vorangeht und ein Spieler, der trotz seines Alters schon körperlich, finde ich zumindest, extrem gut dabei ist im positiven Sinne. Von daher sehr interessanter Junge. Es ist natürlich die Frage, ob man ihm mit 18 Jahren jetzt wirklich auch schon final den Sprung zutraut, eben zu den Profis. Er hat, anders als so manche andere Kandidaten, die in diesem Video vorkommen, natürlich jetzt noch nicht so diese Profi-Erfahrung, auch was das Training und so angeht. Das wird ja trotzdem dann auch nochmal was anderes sein. Ich glaube aber, dass der Junge rein vom Talent her auf jeden Fall das Zeug hat, zu den Profis zu kommen. Die Frage ist natürlich, ist es jetzt schon so? Aber ich sage mal so, Luca Kilian wird noch lange ausfallen. Dominik Heinz wäre dann die einzige erfahrenere Variante, wenn man davon ausgeht, dass Nikola Soldo den FC verletzt. Und dann ist halt die Frage, geht man dann eben wirklich nur lediglich mit der Erfahrung und dann auch final mit einem Dominik Heinz als Linksfuß in der Innenverteidigung. Oder sagt man dann halt, ey, wir wollen gerade auf dieser Position jetzt ein Talent entwickeln. Dann ist Julian Pauli hier auf jeden Fall ein absoluter Kandidat. Sehr interessanter Spieler. Bin gespannt, wie seine Entwicklung weitergeht. Sollte er diese Saison noch gar nicht zum Zug kommen, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass er entweder in der U21 wirklich eine richtig tragende Rolle spielt oder man vielleicht sogar im Winter halt drüber nachdenkt, den Jungen mal ein halbes Jahr auf ein etwas höheres Niveau zu verleihen, um ihn dann vielleicht ready für die nächste Saison zu machen. Aber das ist einfach nur eine Idee und Spekulation meiner Seite aus. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, Julian Pauli absolut interessanter Mann und der ist in diesem Video auf jeden Fall zu nennen. Und ebenso Innenverteidiger ist Kandidat Nummer 3 und das ist Elias Baka Tukanda. Der Junge ist ewig und drei Tage beim 1. FC Köln im Verein. Ist ein absoluter Riese, ist ein absolutes Physis-Monster. Ich habe es in den letzten Wochen in einem Video schon mal gesagt. Er erinnert mich so ein bisschen von seinem Spielstil, aber auch von seiner Statur ein bisschen an Jan Aurel-Bissek. Und ich denke, dass er wirklich eine gute Entwicklung beim 1. FC Köln gehen kann. Was hier für Elias Baka Tukanda spricht, er ist beidfüßig. Er ist ein Spieler, der schon länger bei den Profis dabei ist. Auch was das Training angeht. Und dazu kommt einfach auch, dass der Junge schon mit 20 ein bisschen mehr Erfahrung hat. Er hat auch schon viele Spiele in unserer U21 gespielt. Und ich denke, dass er dann doch die Nase vorn hat bezüglich Julian Pauli. Und damit vielleicht, gerade in der Zeit, wo Luca Kida noch auswählt, vielleicht sogar in diese Viererkette reinrutschen könnte. Oder zumindest nach Dominik Hainz und Timo Hübers, wenn man sich denn für Erfahrungen entscheidet, vielleicht sogar dann der Innenverteidiger Nummer 3 sein könnte. Er bringt für mich alles mit. Er hat nicht nur die Statur und die Größe. Er hat für mich auch ein gutes Aufbauspiel. Und er ist trotz seiner Größe und seiner Stämmigkeit ein Spieler, der dann dennoch gutes Tempo auf den Rasen bringt. Also auch hier ein Junge, der in Zukunft wirklich was werden kann. Ich denke, dass gerade jetzt nach dem Abstieg die Chance ist, das ein oder andere Talent einzubauen und dann hoffentlich für die nächsten Jahre fit zu machen. Und hier ist für mich Elias Bakatoukanda ebenso ganz klar zu nennen. Von den Defensivspielern geht es nun rüber zu den Offensivspielern. Und wir schauen uns Kandidat Nummer 4 an. Und das ist für mich Marvin Obos. Der Flügelspieler war an Rot-Weiß Essen in die 3. Liga verliehen und war da der beste Mann, kann man einfach so sagen. Er war der Top-Scorer des Teams, hatte wesentlichen Anteil, dass eben RWE so eine gute Saison spielte und nahezu bis zum Ende sogar noch Chancen auf den Aufstiegsrelegationsplatz hatte. Und er ist wirklich ein Spieler, der da richtig krassen Schritt gemacht hat. Er war ja vorher schon mal an Holstein Kiel verliehen, wo die Entwicklung wirklich überhaupt nicht gut war. Da hat er auch sehr, sehr wenig Einsätze bekommen und es hing absolut hinten dran. Nun der Schritt eine Liga tiefer zu Rot-Weiß Essen, wo er aber einen brillanten Job gemacht hat. Die Essen-Fans schwärmen immer noch von ihm und ich denke, dass er da auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Jetzt ist er zurück beim FC. Sein Verein, er spielt auch schon seit er denken kann gefühlt beim FC. Und ich glaube, dass auch gerade er jetzt Bock auf die Aufgabe hat und natürlich sich absolut beim FC sieht. Er wird jetzt zwar erst einmal mit einem Muskelbündelriss ausfallen, ich glaube aber, da der FC in der Breite auf dem Flügel nicht so mega top besetzt ist, glaube ich schon, dass diese Saison einem Marvin Obus auf jeden Fall was bringen kann. Ich glaube, wenn er wirklich nach seiner Verletzung gut zurückkommt, dann kann der Junge eine gute Saison spielen. Und ich glaube, dass jetzt die Zeit gekommen ist, einem Marvin Obus dann final auch die Chance zu geben und ich glaube, dass der Junge diese Chance auch nutzen wird. Er ist ein toller Dribbler, hat ein gutes Tempo, ist selber torgefährlich, wenn er vor den Kasten kommt mit einem guten Abschluss, kann gute Flanken schlagen, kann gute Steckpässe spielen und ist ein Spieler, der so ein bisschen mit der Art und Weise, wie er Fußball spielt, so ein bisschen einem Chris Führig ähnelt. Natürlich nicht auf dem Niveau, genau wie eben Bakatukanda ist natürlich kein Bissek, aber so ein bisschen von der Art und Weise, wie der Junge Fußball spielt, würde ich zumindest behaupten, kommt das so ein bisschen dahin. Und ich glaube, dass wir so einen Spieler und so ein frisches Blut gut gebrauchen können und das gepaart mit der relativ überschaubaren Besetzung am Flügel, glaube ich schon, dass Marvin Obus hier eine gute Rolle spielen kann und daher ist er mein persönlicher Kandidat Nummer 4. Und wir springen nun von Marvin Obus zum letzten Kandidat, zu Kandidat Nummer 5 und das ist für mich Tim Lemperle. Der Flügelspieler bzw. Stürmer war in der abgelaufenen Saison an Gräuter Fürth verliehen. Warum ich Flügelstürmer und Stürmer gesagt habe, liegt daran, dass er bei Fürth primär als Schienenspieler agiert hat. Beim FC wurde er damals ab und an mal im Flügel eingesetzt, auch wenn er ja gelernter Stürmer ist, aber gerade jetzt bei Gräuter Fürth hat man gesehen, dass er auf der Außenposition auf jeden Fall einige gute Aktionen und einen guten Impact dann eben auch für das Team liefern kann. Es wird interessant zu sehen, welche Formation der FC dann final spielen wird. Sollte es eine Formation mit Flügelspielern oder sogar Schienenspielern sein, dann kann Lemperle eben über die linke Seite kommen und ich glaube schon, dass das ihm liegen kann. Sollte der FC beispielsweise in einem 4-4-2 agieren, kann ich mir schon auch vorstellen, dass Lemperle vielleicht neben einem Stoßstürmer agieren könnte. Das könnte dem Jungen vielleicht auch liegen und daher glaube ich, dass auch Tim Lemperle gepaart mit den Qualitäten, die der Junge mitbringt, aber auch mit den positiven Erfahrungen jetzt nach der Fürth-Leihe beim FC in der 2. Liga jetzt endlich ankommen wird und diese paar Prozente, die dem Jungen in seiner vorherigen Zeit beim FC gefehlt haben, jetzt da sind und daher ist Tim Lemperle für mich zu nennen und ich glaube, dass wir in der kommenden Saison extrem viel Spaß an Tim haben werden. Und das, meine Freunde, wären meine persönlichen 5 Kandidaten, wo ich in der kommenden Saison glaube, dass sie beim FC durchstarten und einen absoluten Impact eben für die Mannschaft haben. Natürlich kann man hier auch Spieler wie Wächtenbach oder Potoschnik nennen, aber da hatte ich teilweise in den vergangenen Videos schon was zu gesagt und ich glaube beispielsweise in Potoschnik, der wird erstmal noch in der U21 ein bisschen reifen und vielleicht bei den Profis ein paar Kurzeinsätze bekommen. Bei einem Wächtenbach könnte ich mir immer noch einen Abgang vorstellen, weil wir in der Zentrale da auf jeden Fall viele Leute haben und so kann man das auch auf weitere Spieler wie Hachawi zum Beispiel sehen. Da glaube ich auch, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis der Jungs bei den Profis die finale Chance bekommt. Aber das sind jetzt so die 5 Spieler, wo ich sage, wo ich glaube, ist die Chance am höchsten, dass die Jungs in der kommenden Saison Spielzeit bekommen und dann eben funktionieren. Ob es dann Pauli oder Bakatukanda ist, wird man sehen. Bei den anderen dreien bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass sie in der kommenden Saison einen Impact haben. Daher, Freunde, interessiert mich jetzt, was sind eure Spieler, wo ihr sagt oder wer vielmehr sind eure Spieler, wo ihr sagt, die werden in der kommenden Saison durchstarten und beim FC eine wichtige, bis vielleicht sogar tragende Rolle spielen. Bei welchen Spielern seid ihr bei mir und bei welchen Spielern nicht und wen würdet ihr vielleicht noch dazu nennen. Schreibt es mir alles unten in die Kommentare, würde mich wie immer sehr interessieren und ich würde mich neben euren Meinungen wie immer über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was auch immer, ich mache wieder. Euer Fabius raus, haut da rein und ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.